Hallihallo, mein lieben Wasserzeichen, willkommen im Monat Oktober. Also wir schauen jetzt auf den Monat Oktober, was denn auf die Wasserzeichen hier zukommt. Wenn du jetzt also Krebs, Fische oder Skorpion bist, dann könnte das dein Orakel sein, aber bedenke immer, es ist ein Allgemein-Orakel, du kannst es auch im Aszendenten schauen, sein oder du schaust hier auf irgendein Gegenüber, was dieses Sternzeichen hat. Also die Wasserzeichen, was kommt auf die Wasserzeichen im Monat Oktober jetzt zu? Ich mache das Ganze heute mit den Kipper-Karten, dann mit den Wünsche-Orakel von Jasmin Boland, mit meinen eigenen nordischen Lenormen, diese Karten findet ihr auch hier auf meiner Webseite und mit den FWD-Witsch-Daro von Deborah Blake. Dann habe ich heute das Liebes-Orakel-Nacht-Dabei von Toni Kamin-Salerno und hier den geilen Scheiß des Glücklichseins von Andrea Weidlich. So, du hast aber auch die Möglichkeit, so ein Monats-Orakel, das ist ganz neu, das biete ich hier an, jeden Monat ein Monats-Orakel plus ein Liebes-Orakel dazu, wenn du das natürlich gerne möchtest. Findest du alles auf meiner Webseite, auf meiner Internetseite, so. Und diese findest du natürlich in der Infobox unter private Legungen. So, mein Lieben, dann schauen wir mal. Was sagt denn die Kipper-Karten zum Monat Oktober für die Wasserzeichen? Die Wasserzeichen, Träbst, Fische, Skorpion im Monat Oktober. Und da haben wir als allererstes die Ehestandskarte. Es geht dir also auch mit um die Liebe, dass etwas auch sehr gut ausgeht. Und es geht um die Liebe zu dir und jemandem im Monat Oktober für die Wasserzeichen. Okay, das ist doch schon mal super. So, dann schauen wir mal mit den Wünsche-Orakel. Was kommt da noch im Monat Oktober für die Wasserzeichen? Da habe ich einmal durchlebe deine Gefühle. Also, du könntest hier nochmal mit deinen Gefühlen in Verbindung kommen, dass es sehr tief geht. Wir haben nämlich auch hier Feuer. Und wir haben auch hier wieder Feuer. Fokussiere dich auf das Positive. Also, für die Wasserzeichen ist es jetzt wichtig, dass dir im Monat Oktober etwas mit der Liebe auf dich zukommt. Das kann in Form einer Beziehung, Partnerschaft oder sowas sein. Oder eine andere Verbindung, wo du nochmal deine Gefühle richtig durchleben kannst. Und wo du dich auf das Positive fokussieren sollst in dieser Angelegenheit. Egal, was da hochkommt an Gefühlen, bleib positiv. So, was kommt noch auf die Wasserzeichen im Monat Oktober zu? Wasserzeichen Monat Oktober. Da habe ich die 3 der Stäbe. Dann habe ich die Hohepriesterin. Dann habe ich die 4 der Stäbe. Das ist doch schon mal gut. Dann habe ich die 9 der Münzen. Wow. Und die 6 der Kelche. Das ist doch schon mal super, was wir hier sehen. Und da können wir schon mal sagen, hier geht es darum, dass man noch etwas abwehrt. Also, man verteidigt sich hier noch irgendwie so ein bisschen im Oktober. Gerade, wenn jemand auf dich zukommt, der dir Gefühle mitteilen möchte. Der mit Gefühlen auf dich zukommt. Also, da ist man noch so ein bisschen in einer Verteidigungshaltung. Und ich sehe, dass du mit den 3 der Stäben hier auch im Oktober etwas planst. Und zwar wirst du hier einiges umsetzen für dich selber, dass du auch nicht mehr so viel an dich ranlassen tust. Dass du hier überwiegend auch in deiner Sicherheit bleiben tust. Ich sehe dich hier als die Hohepriesterin. Die hier sehr, sehr gut aufgestellt ist. Die sehr intuitiv ist, gefühlsmäßig. Es geht hier auch darum, du wirst ja auch vermehrt mit deiner Intuition zu tun haben. Du sollst ja auch auf deine Intuition hören im Monat Oktober. Dann sehe ich mit den 4 der Stäben, wirst du etwas feiern können. Hier hat etwas für dich Erfolg. Etwas sicheres. Und du wirst natürlich auch hier im Monat Oktober etwas für dich selber ernten können. Vielleicht bist du auch hier sehr, sehr gut aufgestellt. In seinem Rückzug so ein bisschen. Wo du sagst, ich lasse es mir jetzt mal richtig gut gehen. Und ich sehe hier noch jemand aus der Vergangenheit. Das kann eine Wiedervereinigung mit jemandem sein. Das kann aber auch sein, dass du hier in einer gewissen Nostalgie vielleicht auch bist. Oder dir jemand etwas geben möchte. So, die 3 der Stäbe. Was kommt da genau? Da haben wir hier die 6 der Münzen. Also hier wird etwas, das kann hier in allen möglichen Situationen sein. Ich brauche noch eine Karte darauf. Bitte noch eine Karte. Also hier versuchst du hier wirklich etwas zu planen. Dass hier Gleichgewicht herrscht zwischen dir und jemandem. Dass die Energien ausgewogen sind. Und das versuchst du auch hier zu verwirklichen. Es geht nämlich hier überwiegend um Gefühle, um die Liebe. Hier wird jemand liebevoll auf dich zukommen. Oder du wirst auf jemanden liebevoll zugehen im Monat Oktober. Aber du wirst natürlich auch schauen, dass das ausgeglichen ist. Dass hier nichts zu wenig ist. Du willst hier die Balance in der ganzen Sache halten. Im Monat Oktober. Ja, das kann Gefühle zu tun haben. Das kann aber auch sein, wenn du jetzt jemanden kennenlernen tust. Dass du hier immer wieder auf Ausgleich schaust. Dass hier Ausgleich ist auf allen Ebenen. Das Gleichgewicht in den Dingen. So, die Hohepriesterin. Was wird mit der Hohepriesterin hier gesagt? Da haben wir einmal den Jurofant. Oh, das ist ja eigentlich das spirituelle Paar. Du wirst dich hier mit deinen Energien vereinen. Dir wird auch jemand hier mithelfen. Und man klammert sich hier an die Sicherheit. Du bist hier so ein bisschen in deiner Sicherheit. Aber sehr extrem im Monat Oktober. Das ist das spirituelle Paar. Also du klammert dich hier wirklich vermehrt an deine Intuition. Und du glaubst hier auch an etwas. Du glaubst hier auch an etwas, dass hier was sicher ist. Aber du hältst hier auch sehr stark an deiner Intuition fest. Das ist so, wenn alles andere hier auseinander bricht, dann hörst du auf deine Intuition. Und du wirst dann auch hier irgendwie durchgeführt, damit du hier sicher bist. Das habe ich hier auch. So, die vier der Stäbe. Was wird damit geteilt für die Wasserzeichen? Da habe ich einmal die neun der Schwerter. Oh. Und der Eremit. Ne? Okay. Also ich sehe hier im Monat Oktober, dass du dir sehr stark Gedanken über eine Situation machen wirst. Vielleicht hast du hier auch so ein Stück weit schlaflose Nächte. Vielleicht ziehst du dich hier auch sehr in dich selber zurück. Ne? Bist mit deiner Intuition beschäftigt, weil du hier dich an deine eigene Sicherheit klammert, dass es dir gut geht. Aber ich sehe hier wird etwas gefeiert. Du feierst hier. Du wirst hier in einen Erfolg kommen. Du wirst hier etwas feiern können. Es wird dir gut tun. Es wird eine Feier sein vielleicht auch. Und du wirst dich aber, du wirst dir viele Gedanken um eine Situation machen. Und ich möchte jetzt mal wissen, was ist das hier noch mit den neun der Schwerter? Aha. Hm. Hier ist halt ein Stillstand, ne? In einer Angelegenheit. Hier ist ein Stillstand. Und aus diesem Stillstand wirst du hier rauskommen. Ne? Weil hier die vier der Stiebe sind. Und das ist das Glück, die Zufriedenheit unter den Menschen. Ne? Das ist hier dieser Stillstand, der hier vielleicht auch da ist. Der kann hier rausgehen. Ne? Im Monat Oktober, weil du dann wieder feiern kannst. Ne? Aber hier ist ein Stillstand. Hier geht es in irgendeiner Sache nicht weiter. Du bist traurig. Du machst dir viele Gedanken darüber. Aber hier, ne? Sehen wir ja schon, dass hier viele Menschen miteinander feiern. Ne? Dass das hier wieder werden wird. So. Wir sehen die neun der Münzen. Ne? Das ist ja hier die Ernte. Das ist das Glück. Das Glück in den Finanzen vielleicht auch. Oder dass es dir gut geht. Und wir haben die acht der Stäbe und die drei der Schwerter. Okay. Also, hier wird man über einen Kummer oder über eine Verletzung, über irgendetwas, was dir hier weh getan hat, wird man hier reden können. Und man wird endlich die Ernte bekommen. Ne? Man wird hier glücklich und zufrieden sein. Das kann hier wirklich eine materielle Situation sein. Das kann berufliche Situation sein. Also, irgendwas, was dir extrem Kummer gemacht hat. Vielleicht auch Stiche ins Herz versetzt hat. Was dir sehr nahe gehen oder geht. Ne? Darüber wird man hier auf jeden Fall reden können. Ne? Also, und dann könnte es ja hier zu einer Wiedervereinigung kommen. Mal gucken. Mit den sechs der... Okay. Ne, das waren zu viele. Mit den sechs der Kelche. Was kommt denn da noch? Da sehe ich hier, dass eine Chance in der Liebe angezeigt wird. Entweder wirklich mit jemand aus der Vergangenheit. Ne? Was hier schon weiter zurückliegt. Oder es ist ganz einfach so, dass hier eine Wiedervereinigung mit einem Menschen kommt. Ne? Und ich sehe hier die Königin der Münzen, dass du hier sehr, sehr gut aufgestellt bist. Und das ist in der Liebe. Also, definitiv. Wird sich für die Wasserzeichen eine Chance in der Liebe anzeigen. Definitiv. Ne? Also, das ist hier jetzt die Liebe, die ich hier sehe. Und das ist das Beste kommt zum Schluss. Ne? Und das ist jemand, den du vielleicht auch aus der Vergangenheit kennst. Oder jemand, mit dem du hier eine Wiedervereinigung haben wirst. Oder schon eine Geschichte hattest. Ja? Und da wird sich eine Chance in der Liebe erübrigen. Es wird stabiler werden hier bei euch. Und die Liebe. Man wird sich hier halten. Man wird sich festhalten. Man wird sich endlich hier in die Arme schließen können. Wow. Sehr, sehr schön. Ne? Na ja, wenigstens haben wir hier was Positives. Zum Schluss kommt immer das Beste. Da bin ich auch sehr froh, dass ihr doch noch etwas Positives dann kam. Ne? Bei den Wasserzeichen. Ich kenne ja auch ein paar Wasserzeichen. So. Und diese Blockade, die hat mit einer Festigkeit zu tun. Mit Stabilität. Hier hat jemand etwas blockiert, stabil zu machen zwischen dir. Und ich sehe erstmal hier, du spiegelst hier in die Vergangenheit rein oder in jemanden, der für dich die Vergangenheit bedeutet, den du schon länger kennst, der für dich ein Sehenspartner sein kann oder auch jemand, der hier wirklich vielleicht auch älter ist als du, ne? Den du irgendwie hier kennst. So. Und da ist irgendwie eine verstrickte Situation. Entweder hat der Mensch hier schon jemanden oder mit diesen Menschen ist es hier sehr kompliziert. Ich bekomme hier jemanden rein. Das ist hier nicht deine eigene Stärke. Für den einen oder anderen vielleicht schon, aber hier für die meisten ist es jemand, ja? Und mit diesen Menschen war hier eine komplizierte, verstrickte Situation. Aber du könntest jetzt hier eine Einladung bekommen oder es kommt hier wirklich wieder mehr Harmonie in die ganze Sache. Vielleicht war es auch schwierig hier, sich mit diesen Menschen zu treffen. Vielleicht sollte es immer wieder zu einer Einladung kommen, aber hier war etwas schwer, eine Herausforderung. Es können sich hier auch noch herausfordernde Sachen anstehen, also anstehen im Monat Oktober für dich, ne? Dass für dich vielleicht auch hier etwas Karmisches ist, eine karmische Verbindung mit jemandem oder dass es eine Herausforderung ist mit diesen Menschen. Aber ich sehe hier, dass hier etwas kommt, ne? Es kommt hier etwas. Und ich möchte mal wissen, was ist denn da immer so herausfordernd mit diesen Menschen? Ja, weil dieser Mensch immer wieder im Rückzug ist, weil es mit diesen Menschen immer wieder eine Trennung gab. Entweder ist der Mensch dann immer wieder in den Rückzug reingegangen, ne? Vielleicht sollte hier endlich mal was zum Wachstum kommen, aber kam es nicht. Und ich sehe hier, dass es hier irgendetwas, dass jetzt hier die Einladung für dich kommen kann. Es kann auch sein, dass sich dieser Mensch hier immer noch ein bisschen zurückziehen wird, was halt eine Herausforderung für dich darstellen wird, ne? Aber ich habe so das Gefühl, dass hier etwas in den Fluss kommen wird, ne? Dass hier jetzt ein bisschen mehr Harmonie wieder einkehrt und dass man sich jetzt hier von diesen belastenden Situationen aus der Vergangenheit oder von diesen Menschen, wo es schwer gelaufen ist, abtrennen kann, ja? Man trennt sich jetzt von diesen schwierigen Dingen, ne? Das kommt mir hier so rein. So, wenn es in der Liebe ist. Es kann natürlich auch sein, wenn du hier eine berufliche Angelegenheit hast, dass hier etwas irgendwie schwierig war mit dem Chef, aber du jetzt die Einladung bekommen könntest und man jetzt über diese Belastungen reden kann. Es kann auch mit einer Behörde zu tun haben, ne? Diese Angelegenheit, dass hier irgendwas Schwieriges war und jetzt kehrt einfach mehr Harmonie ein. Du bekommst jetzt die Einladung. Man kann hier über diese, man kann hier sich von diesen belastenden Situationen irgendwie auch abtrennen. Ich sehe ja hier das Wachstum. Für den einen oder anderen kann es auch eine gesundheitliche Sache sein, ne? Wo man vielleicht auch an Ängsten hier festgehalten hat oder an der Freundschaft, ja? An Freundschaft, an Liebe, an Situationen, die hier schwierig gewesen waren, ne? Und da kann man jetzt drüber reden. Und wenn es so ist, dass du hier mit der Vergangenheit irgendwie noch Frieden schließen musst, dann kommt hier auch in eine Situation hier mehr Harmonie rein. Und man kann sich jetzt endlich von diesen Belastungen zurückziehen. Ich denke mal, da werden hier einige aufatmen, weil ich kriege es als eine Energie rein, die sehr herausfordernd gewesen war, ne? So. Was sagt die Liebe noch für die Wasserzeichen im Monat Oktober? Ja. Hier ist eine riskante Versuchung. Der Schein trügt. Und allein die Zeit wird es hier noch zeigen. Eine möchte ich mal noch. Folge der Stimme deines Herzens. Also höre hier auf deine Intuition im Monat Oktober. So. Der geile Scheiß des Glücklichseins. Was sagt der noch als Tipp für die Wasserzeichen? Ein Tipp bitte noch. Okay. Ja. Das ist dein Tipp. Im Herzen Sonne im Regenschirm. Ne? Also wenn es regnet, du deinen Schirm aufspann. Wenn es mal nicht so gute Zeiten gibt. Und ansonsten hab Sonne im Herzen. Ne? Okay, mein lieben Wasserzeichen. Ich wünsche euch einen ganz, ganz erfolgreichen Monat. Oktober. Der Monat wird sowieso herausfordern. Ich habe ja auch schon Monats-Orage rein. Wer es noch nicht angesehen hat, kann es gerne nochmal in der Playlist anschauen. Für den Oktober. Ne? Ein Monats-Orage nochmal extra. Für. Naja. Für die Allgemeinheit. Ne? Vielleicht ist ja da auch das eine oder andere für dich dabei. So, mein Lieben. Ich verabschiede mich jetzt und wünsche euch alles, alles Liebe. Ciao.